willkommen zu einer weiteren folge hier mit hocklein toll ich nur kurz mal gucken gut jetzt sieht man nicht viel die in der wand fehlt noch komplett doch ich würde schon sagen ja dann bitte sind alle aber nein 4.5 Sehr schön. Die Ecke ist fertig. Das kann ja so bleiben. Das nun nicht. So, ich möchte gleich die ganze Ecke hier runterreißen. So, ich möchte gleich die Ecke hier runterreißen. Ich frage mich gerade, haben wir da noch Zaun drumherum gezogen, oder? Ja, ja, gut. Nicht, dass die Jense Schafe dann jetzt fliegen können. So, ich möchte gleich die Ecke hier runterreißen. So, ich möchte gleich die Ecke hier runterreißen. So, danke. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Werkzeug. Und vielleicht sollten wir uns auch schon ein bisschen höher bauen, damit wir kein Materialstau jetzt haben. So, danke. So, danke. So, danke. Ja, man! Wow wow wow! Keine Perle! Schwennerei! Wir waren ja gar nicht fertig da in der Ecke, verdammt! Egal! Wir waren ja gar nicht fertig da in der Ecke, verdammt! Egal! Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, die Ecke ist auch fertig. So, die Ecke ist auch fertig. So, die Ecke ist auch fertig. So, die letzten vier behalte ich mal für den letzten Abschnitt. So, okay, cool. So, okay. 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 So, okay.